Hallo und herzlich willkommen zur Erziehung im Herzenwerk Orakel, ja zum gestrigen Video. Ich weiß, es ist immer nicht so spannend, wenn es nur um einen selber geht, aber ja, das hat natürlich die Chancen erhöht, dass die Kommentierenden heute das volle Paket bekommen. Also es gibt hier heute einen Herzenwerk Orakel Kartenhalter mit Herzschale, Teelicht, noch vier weitere Teelichter und einen Schlüsselanhänger deiner Farbwahl. Und ja, dann schauen wir mal, wer heute gewonnen hat. Und dann habe ich einen, einen Gewinner, eine Gewinnerin und es ist die Claudia Drescher. Herzlichen Glückwunsch, liebe Claudia. Melde dich bei mir, schick mir deine Adresse, gerne per E-Mail oder WhatsApp. Und ja, sag mir die Farbe, die du gerne hättest für den Schlüsselanhänger. Herzlichen Glückwunsch und danke fürs Mitmachen an alle. Und heute Nachmittag gibt es das nächste Video und ich schaue mal. Es wird wohl Zeit, dass wir wieder auf die Liebe schauen, gell? Okay, also habt einen schönen Tag und bis später. Bisюда. Bis später. Vielen Dank.